Schön, dass ihr wieder da seid bei LS 2015 und einer weiteren Mod-Verstellung. Ja, Heinzelmännchen in LS ist das Thema. Viele sagen, es gibt Heinzelmännchen und viele sagen, es gibt es nicht. Das ist nur ein Gerücht. Also ich glaube, hier in den Wäldern verstecken sich einige Heinzelmännchen und das werde ich euch jetzt beweisen. Zumindest in LS gibt es die Heinzelmännchen. Einfach den Mod in der Videobeschreibung runterladen, den Heinzelmännchen-Mod, und einfach staunen, was die so machen für uns. Wir haben jetzt einen langen Arbeitstag hinter uns. Wir haben hier ziemlich viel gepflügt oder auch nicht. Oder haben wir es pflügen lassen? Man weiß es nicht. Doch was passiert? Unsere schönen Geräte werden dreckig. Die Zeit wird spät. Wir müssen schlafen gehen. Und das simulieren wir jetzt mal. Nehmen wir an, wir müssen jetzt mal schlafen. So, wir haben es Nacht. Wir gehen jetzt schlafen. Das Gerät liegt hier schön auf dem Feld. Was man eigentlich nicht machen sollte. Aber wir werden morgen weiterarbeiten. So, wir gehen schlafen. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü. So, 8 Uhr 53. Wir haben gegessen. Und wir wollen weiterarbeiten. Und... What the fuck? Die Heinzelmännchen waren am Werk. Das Gerät ist schön hochglanzpoliert. Als wäre es neu aus der Fabrik. Auch der Schlepper oder sonstige Geräte sind wunderbar sauber. Also wer jetzt sagt, dass es keine Heinzelmännchen gibt, der lügt. Na gut. Was macht der Mod? Ganz einfach. Punkt 24 oder 0 Uhr. Je nachdem wie man es sieht. Werden die Geräte automatisch von den Heinzelmännchen auf Hochglanz poliert. Alles schön eingewachsen, dass es wieder wie ordentlich und neu aussieht. Das natürlich ist eine coole Sache. Denn wenn man das Gerät dann weiterverkaufen möchte, hat man ab 0 Uhr die Chance. Heute habe ich keine Lust zu waschen. Naja, die Heinzelmännchen machen das schon. Gut wäre natürlich, wenn das randommäßig wäre. Also nicht immer um 0 Uhr, sondern einmal 0 Uhr, dann mal wieder 2 Tage nicht. Dann wieder mal irgendwann. Oder nur einmal in der Woche oder so. Dass man nicht immer weiß, ah genau heute um 0 Uhr wird gewaschen. Da brauche ich nicht mit dem Kerl drüber gehen. Sondern dass es einfach irgendwann zufällig kommt. Und vielleicht, dass da auch irgendwie ein Ton kommt. So, tadaaa. Oder einfach ein Heinzelmännchen, so wie jetzt durchs Bild läuft. Warum nicht? Das wär's, oder? Da müsste man, ah, unsere lieben Heinzelmännchen, die sich hier irgendwo in der Welt nicht versteckt haben, leben doch. Und wenn sie nur in unserer Erinnerung leben, sie leben. Ne, das war's jetzt mit mehreren Geschichten. Ich hoffe, euch gefällt der Mod. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ja, wie gesagt, vielleicht täglich nicht, aber sonst eine gute Sache. Denn es nervt ab und zu mal schon, weil die Geräte waren teilweise ziemlich schnell dreckig. Und da ist man mehr am Waschen, als wir am Arbeiten. Muss man auch dazu sagen. Aber in diesem Sinne, macht's gut, lasst Like da und vergisst nicht, haut rein Leute. Und da geht's gut. Du bist der Nasein.